Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen, herzlich willkommen im Fashion Club. In der heutigen Ausgabe flüchten wir vom kalten deutschen Schmuddelwetter und machen uns auf in den Süden. Passend zu den sommerlichen Temperaturen in Dubai, Thailand und der Karibik präsentieren wir Ihnen heute farbenfrohe Mode und von Feen gezauberte Flip-Flops. Liebe Zuschauer, passend zu unserem Thema, irgendwo ist immer Sommer, habe ich mir hier im Studio zwei entzückende, heiße Ladies eingeladen. Hallo, zur Linken, die Valentina. Hallo, Valentina. Schick, siehst du aus wie immer. Oh, Dankeschön. Und meine bezaubernde Duimi, hi. Hallo. Ihr zwei wollt mich ja unterstützen, weil wir haben ja das Thema, heute irgendwo ist immer Sommer, irgendwo ist es immer warm letztendlich, Gott sei Dank. In Deutschland fängt es ja langsam an zu frösteln und ihr zwei fliegt ja zusammen demnächst in einem wunderschönen, warmen Land. Ist das zwar noch gar nicht dort, ihr wart aber schon mal auf Dubai. Dubai, genau. Genau. Die waren schon mal da, ja. Genau. Ihr wart schon mal da, ja. Und werden bald wieder dort sein. Wann habt ihr denn davor, dahin zu pflegen? Ja, jetzt schon nächste Woche, ne? Ja, genau. Nächste Woche, was sind wir da für Temperaturen? Was erwartet euch da? Angenehme 30 Grad, würde ich mal so sagen. Sind da 30 Grad? 30 plus, ja. Wie gefallen euch die Kleider von diese Quellen? Ja, super. Total schön. Also dadurch, dass es, also sind halt sehr, sehr auffällig. Das ist Baumwolle. Ich habe da kein, ich habe da vorher auch die Kleider noch nicht gesehen. Ist das Baumwolle? Was ist das gemacht? Meinst du, ist das auf jeden Fall aus Baumwolle? Meinst auch. Das auch. Es hat halt diese Applikation hier drauf, aber der Stoff Baumwolle, ja. Und die sind dann auch, die sind dann auch dran genäht. Genau. Das ist auffällig dran genäht, weil manchmal gibt es da so Applikationen, die einfach nur draufgeklebt sind. Ne, man sieht das hier auch, dass es richtig mit dem Faden ganz toll angenäht wurde. Und ich denke, da steckt schon ein bisschen Mühe dahinter. Auf jeden Fall, sehr detailverliebt auch. Und man merkt auch, die haben so einen Farbenmix, ne? Also die sind ja sehr kreativ und sehr mutig auch, ne? Ich finde, eine Trägerin muss da, wenn eine Frau so ein Kleid trägt, ne? Dann drückt man auch was aus, ne? Man möchte da einfach farbenfroh, positive Energie, Ankraft, Emotionen ineinander, verschiedene Stoffe ineinander genäht, ne? Dadurch wird das nochmal so ganz, ja. Das ist genäht, das ist jetzt kein Print, ja? Das ist jetzt kein Druck. Ähm, das ist jetzt ein Print. Genau, bei mir habe ich... Genau, ich meinte nur, dass diese Stoffe an sich nochmal hier so ineinander so genäht werden, ne? Verschiedene ineinander. Okay. Auf jeden Fall drückt die Kleidung sehr viel Liebe aus und das ist mit sehr viel Herz auch noch verarbeitet. Gefällt mir, passt euch beiden sehr schön. Kann man mit mir noch ein bisschen berüstet für den Sommer, oder? Ja, genau. Und vielleicht sehen wir einfach, klar, da hinten, also du hast ja unten, das ist ja ein, ja, so eine leichte, das ist so ballonförmig geschnitten. Ja, genau, leicht ballonförmig. Das von hinten sieht so gut aus. Ach, das Schleifchen ist süß, ja. Richtig schön. Und deinst hat so ein Schleifchen. Ja. Der gut passt dazu, ich habe auch ein Schleifchen. Ja, deswegen, ja. Gefällt mir beides. Wirklich schön ausgesucht und ich finde, das steht ja auch sehr schön zu deinen blonden Haaren. Wobei ich mir vorstellen kann, auch zu brünetten, dunkelhaarigen, sieht das dann auch ungewöhnlich aus. Sehr sommerlich. Sehr sommerlich, passend, sehr luftig. Ja, man hat dann auch oftmals das Material, ich finde so Baumwolle, auch wenn man mal ein bisschen schwitzt und man schwitzt halt, wenn es warm ist, dann klebt das oftmals. Man fühlt sich dann auch unwohl und bei dem ist es einfach nur toll, weißt du, es ist leicht, luftig und es ist angenehm, der Sommer kann kommen. Ja. Dieses wunderschöne Kleid von der Firma Desigual können Sie jetzt bei uns bestellen. Das Modell nennt sich Ed Nicola. Die faszinierenden Farben und Formen vom spanischen Label Desigual erwecken die Aufmerksamkeit bei jedem und geben damit den absoluten Trend für jeden Sommer an. Genauso wie dieses farbenfrohe Sommerkleid. Dieses sommerliche Kleid ist aus einem leicht schwingelnden Stoff und ist auf der vorderen Seite mit dezenten Holstein verziert. Hüftig ist ein farblich passender Gürtel angebracht, mit dem man dieses Kleid individuell, körperbetont, binden kann. Das Material besteht aus hundertprozentiger Baumwolle und ist beidseitig gemustert. Die Artikelnummer FC 110, der Preis heute bei uns von 99 Euro auf 69 Euro reduziert. Desigual Superkleid Helena, Desigual, das Trendlabel aus Spanien, ist im Sommer nicht wegzudenken. Bunte Farben und trendige Formen. Patchwork ist das Rezept für dieses besondere Kleidchen mit elastischem Abschlussbund im aufwändigen Design. Durch einen farblich passenden Stoffgürtel besteht die Möglichkeit, die individuelle Bundweite zu variieren. Das Kleid hat einen tiefen, blau umspielten V-Ausschnitt und als Hingucker einen süßen Logostick auf dem Rücken. Das Material besteht aus hundertprozentiger Viskose. Die Artikelnummer FC 111 unter Preis unschlagbare 59 Euro. Das Kleid wurde reduziert von 89 Euro auf 59 Euro. Passend zu unserem Thema, irgendwo ist es immer warm, haben wir noch ein ganz spezielles Reise-Highlight von unserem Partner Travel Overland für Sie. Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten einen 50 Euro Reisegutschein von uns geschenkt. Also nichts wie ab in die Sonne. Meine zwei Mädels, die haben sich in der Zwischenzeit umgestylt und sind jetzt komplett in Fieber London gestylt. Toll schaut ja aus. Ganz prächtige Mode. Danke. Fieber London ist das. Das ist ja eine Firma aus Großbritannien. Die gibt es schon seit 1996. Allerdings starten die jetzt erst richtig bei uns in Deutschland durch. Bekannt sind sie geworden durch ihren Vintage-Style. Und immer wieder kombinieren sie diesen tollen Style immer mit neuen Elementen, floralen Muster und die Mode ist immer betont feminin. Die haben ganz tolle Materialien und man sieht an euch ganz exzellente Schnitte auf. Wie fühlt sich das an? Super, doch. Also mein Kleid jetzt beispielsweise ist sehr, sehr luftig und der Stoff ist einfach sensationell leicht und angenehm zu tragen. Gerade für den Sommer super geeignet. Es hat eine ganz tolle Verarbeitung. Ich finde dieses florale Muster, dieses Blumenmuster an dir ganz toll. Die Farben. Das ist so ein schönes Rot, das steht ja sehr gut, vor allem auf leicht gebräunter Haut. Ganz toll. Und vor allem, man sieht ja auch hier diese liebevolle Verarbeitung, dieses schönen Trägerchen. Und es ist betont feminin und finde, das steht auch jeder Figur. Das ist also egal, es ist sehr schmeichelnd auch. Ich meine, du kannst dieses Kleidchen zum Beispiel auch wunderbar zu einem schwarzen Kleid passend hier zu deinen Haaren und den Schuhen dann auch tragen. Oder wenn man vielleicht helle Haare hat, dann auch mit hellen Schuhen, einem hellen Gürtel, haben wir auch hier. Wir probieren das mal gleich aus. Machen wir gleich. Und du hast ja auch ein Kleid von Fever London an. Das ist ja auch ein sehr leichtes Material. Ja, auf jeden Fall. Also drunter ist auch nochmal ein Unterstoff, wie man hier sehen kann. So was ganz weiches, schönes, seidiges. Leicht glänzendes Material. Das heißt, es ist einfach so drüber. Aber Material bleibt da auch gar nicht hängen. Es hat dann diesen fließenden, schönen Stoff, diesen Schnitt. Und ich finde es abgesteckt. Das ist halt ein Mädchenhaftes auch. Ja, das ist so schön. Wenn man dann auch die Haare dann auch entsprechend dann auch mal stylt. Das ist irgendwas, da fühlt man sich, finde ich, wie so eine Prinzessin. Hat da so was Feenhaftes an sich. Und richtig schön verträumte Mode verspielt. Und es hat so eine Leichtigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Erstmal durch die Materialien. Und die Optik finde ich ganz schön. Ja, das stimmt. Nun, Valentina, dieses tolle Kleid kann man ja super schön auch mit unseren Accessoires kombinieren. Und dadurch, dass es auch diese schöne, taillierte Form hat, finde ich, passt auch hervorragend. Ein schmaler, schwarzer Gürtel, passend hier zu deinen Schuhen und den dunklen Haaren. Den habe ich auch hier. Bin ich mal gespannt. Darf ich dir den jetzt mal reichen? Magst du den mal umlegen? Ja, sehr gerne. Ich finde, dieses Glatz zum Beispiel würde klasse auch zu dir passen. Ja, wir könnten ja mal immer tauschen. Nee, aus dem einfachen Grund. Guck mal, wir haben hier diesen Gürtel ja auch in Creme-Pfand, so einem Beigetum. Und wenn du dann noch entsprechende Schuhe zuträgst mit den Haaren, finde ich das ganz toll. Ja, würde mir auch gefallen. Mit dem Muster jetzt auf dem Kleid. Würde ich auch anziehen. Sieht doch süß aus. Sieht richtig gut aus. Sehr toll. Super. Schön, wunderschön. Super, das ist ein schöner Kontrast. Also es wertet, dass man es ein bisschen auf und sieht dann noch ein bisschen eleganter für den Abend aus. Tagsüber kannst du es natürlich dann auch, aber das wirkt dann keines anders. Schön vom Kontrast her und zaubert eigentlich noch eine etwas schmalere Taille. Noch eine schmalere Taille. Wir können ja auch mal in den Katalog von Fieber mal reinschauen. Den haben wir. Ja, genau. Den ist jetzt hier im Regal. Der in der Mitte. Ja, ich habe den schon gefunden. Super. Fieber London. Das ist nicht, wie wir auch sehen. Das ist natürlich jetzt hier der Herbst, Winter. Der ganz aktuelle. Das ist doch super. Das ist das ganz aktuelle 2010. Ihr habt natürlich die sommerlichen Kleider an. Und wir können hier mal reinschauen. Ja, unbedingt. Und wie gesagt, also ich finde das echt toll. Wir haben schöne Bilder. Ja, sehen ganz toll aus. Ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und der Augenmerk der Firma nach wie vor liegt wirklich im Design. Diese tolle Verarbeitung. Schöne Schnitte. Das sind so ganz einfache Schnitte eigentlich immer. Ja, ganz einfach. Die fallen einfach so. Die wirken an sich. Die wirken an sich. Und ich finde auch, die Kleider, die stehlen auch keiner Frau irgendwie großartig. Die Schauer weiß. Es gibt dann Kleider, die trägst du. Und irgendwie fällt das Kleid dann mehr auf als du. Statt zu betonen, hier sieht man erstmal nur ein Kleid. Und wer will das eigentlich? Also eigentlich super schick, aber trotzdem gemütlich. Das ist echt sehr zeitlos vor allem. Ja, kann man auch hier in einem Jahr anziehen. Soweit ich auch weiß, haben die das Ganze auch in einem Naturschutzgebiet auch fotografiert. Die haben immer super schöne Werbung. Fotospecken sind sensationell schön. Sieht sehr ausgefallen und auch passend zu den ganzen Mutti-Stypes. Ja, mit den Flaschen, gell? Sieht ganz toll aus. Hat er Flaschenposte. Klasse. Aber leider sind unsere Kleider nicht mehr drin, ne? Nicht mehr drin. Allerdings, meine lieben Zuschauer, die sind zwar nicht in dem aktuellen Katalog drin, aber bei uns erhältlich. Wenn Sie auch mal eins dieser verträumten, wunderschönen Kleider haben möchten, dann können Sie diese natürlich jetzt bei uns bestellen. Das ist von der Firma Fever London. Das Modell, was unsere Valentina anhat in der wunderschönen Farbe Rot, das nennt sich Kleid Summer Fern. Aus UK importiert liegt Fever mit floralem Prinz voll im Trend und zaubert Sommerfeeling in die Herzen der Trägerinnen. So besticht auch dieses feuerrote, luftige Kleid durch das leichte Material, ein raffinierten Blumenmuster und verspielte Trägerchen. Das Material ist aus 100%igem Rayon. Das Kleid wird durch ein erlassisches Bündchen tailliert. Die Artikelnummer FC 113, der Preis von 69 Euro auf 44,90 Euro reduziert. Aus UK importiert liegt Fever London mit floralem Prinz voll im Trend und zaubert Sommerfeeling in die Herzen der Trägerinnen. So wie dieses hinreißende, cremefarbene Kleid, das so leicht ist wie das Gefühl im Sommer. Es besticht durch seine schlichte Eleganz und wird mit der aufwendigen Bestickung zu einem absoluten Highlight. Es hat einen seitlich eingesetzten Reißverschluss und ist doppellagig genäht. Die Artikelnummer FC 112, der Preis von 69 Euro auf 44,90 Euro reduziert. Ein Feuerwerk an Farben erwartet mich hier im Studio. Lassen Sie sich überraschen. Hallo Valentina, hi Noemi. Wie ich merke, habt ihr euch an sich schon ausgefertigt für Dubai gemacht in der nächsten Woche. Auf jeden Fall. Das wird ein ordentliches Outfit. Sehr schön. Wir sind auch schon in Partylaune. Genau. Ganz schön. Gut gelaunt seid ihr ja, Gott sei Dank immer. Du hast ein Seidenkleid oder vielmehr ihr beide? Das ist ja beides ein Kleid von der Firma Traffic People. Das sind Seidenkleider mit einem wunderschönen, unter anderem auch floralen Muster. Erinnert mich ein bisschen auch an, ja, das hat so ein kleidisch, ich sage jetzt mal, ist das so ein Flower Power Feeling. Das ist auch für den Farben. Könnte man es schon so sagen, aber geht jetzt zwar nicht in die ganze die Hippie Richtung, sage ich jetzt mal. Ja, aber ist halt trotzdem bunt. Und die Ärmel, ja, man hat diese ausgestellten Ärmel, diese Fledern aus Ärmel. Aber es ist ein sehr, sehr elegantes Abendoutfit. Und ich glaube, damit können wir es schön abbleiben. Auf jeden Fall. Dieses Muster weckt doch für jede Frau das kleine Mädchen wieder in sich. Und ich finde dieses Material hervorragend. Das ist aus Seide, hundertprozentiger Seide. Sehr angenehm zu tragen. Sehr leicht. Hat eine ganz leicht transparente Optik. Ja, man muss was schon etwas drunter ziehen. Ja, ihr habt ja beide so ein kleines Fängtop nochmal drunter gezogen. Genau, richtig. Aber ich sage mal so, wenn man an den Strand vielleicht das anziehen würde und ein bisschen lockerer trägt, dann kann man auch einfach vielleicht den Bickel drunter ziehen. Ja, das ist man auch natürlich. Auf Ibiza trägt man ja sowas auch immer ganz gerne. Genau. Diese Kombination, genau. Klasse. Man hat ja oben eine Schleife. Die kann man auch richtig öffnen und ist da auch eine leichte Öffnung, meine ich? Genau, man kann das ganz einfach öffnen und schließen. Man könnte die auch jetzt auf der anderen Seite binden. Oder einfach als Schal. Genau, es gibt eigentlich so viele Variationsmöglichkeiten. Die kann man ja auch, ich sage jetzt mal für das Deutschlandwetter abends, auch mit einer Leggings anziehen, oder? Ja, so würden wir es auch kombinieren. Oder mit einer schmalen Röhre dazu. Ja, das stimmt. Und auch passend dazu würde ich vielleicht auch so einen richtig dunklen, schwarzen Jeans oder einen blauen Jeans, diese kombinieren. Und Schuhe sind eigentlich auch ganz toll zu variieren. Also ich sage mal so, nur die High Heats muss man gar nicht drauf tragen. Man kann auch einfach so vielleicht so Winterachse oder keine Ahnung, einfach irgendwelche Stiefel drauf anziehen. Ich denke, das sieht auch ganz gut aus. Auf jeden Fall strahlt ihr beide. Ich merke schon, dass das die Vorfreude oder die Vorfreude auch mit dem Kleid abends dann Dubai unsicher zu machen. Ich finde, das sieht bezaubernd aus. Echt niedlich. Was ich also besonders eigentlich ganz gut finde, ist das einfach, das Oben ist natürlich sehr voluminös. Aber wird natürlich kompensiert durch diese ganz schmale Optik unten. Macht automatisch eine schmale Optik. Macht eine sehr sexy Figur einfach. Macht automatisch eine schmalere Optik. Meistens kennt man das, wenn man unten etwas Engeres anhat und dann vielleicht unten was kräftiger ist. Dann ist das natürlich unvorteilhaft. Und das macht natürlich eine zauberhafte Silhouette. Ich finde den Rock, das Kleid, dieses Unterteil kann man auf jeden Fall geschickt ein bisschen nach oben, nach unten. Das ist toll.